Neko und ich haben jeder für sich nach ihm besucht. Shiro, wo bist du? Bist du überhaupt noch am Leben? Lang nicht gesehen, schwarzer Hund. Aber dieser Ninja-Typ ist einfach plötzlich bei mir zu Hause aufgetaucht und hat gesagt, er hätte eine Bitte an Anna. Er hat gesagt, ich solle ihm dabei helfen, den silbernen König zu finden. Du hast die Fähigkeit, Shiro zu finden? Hi, Kuro-Chan. Hey, aber wer ist denn dieser Kerl da? Yukari Mishakuchi. Der Mann, den ich einstmals als meinen älteren Bruder bezeichnete. Es ist was fürchterliches passiert. Anna ist... Anna! Ihr entkommt uns nicht! Das Gebäude von vorne angreifen zu wollen, ist die dümmste Strategie. Die dümmste Strategie ist gerade reingegangen. Gut so. Mein Clan ist Homra und zwar nur Homra. Mittlerweile geht's ganz schön hoch her. Aber eben dieser Homra-Clan ist doch so gut wie aufgelöst. Ich Yatagarasu von Homra werde dich zerstören! Ich werde nicht mehr davonlaufen. Ich werde allem entgegentreten. Wir gehen jetzt manchmal von der alschten Bewegung zusammen. Ich werde nicht mehr